Was ich über dich denke, aufgrund eines Lieblings-Nintendo-Switch-Spiels, Part 2. Ah, ein absoluter Ehrenmann, besonders als Trinkspiel dazu, ist einfach nur geil. Hm, ja, ich weiß ja nicht, eigentlich nicht so mein Game, aber kann man machen. Hä, wer ist so lost und spielt Minecraft auf der Switch? Hm, noch relativ neu und ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Zwei Wörter, du Affe. Du hast einfach zu viel Zeit, Bro. Also du kannst es ja cool finden, aber dein Lieblingsspiel, for real? Einfach nur ein Ehrenmann und ein Oldschooler. Fast so ein großer Ehrenmann wie alle meine Follower.